Da sind wir wieder. Müssen wir arbeiten? Bisschen, ne? Müssen wir arbeiten, ne? Jaja. Auch nur ein bisschen. Habe ich dich mal die Einleitung verkacken lassen? Einfach so, knallhart. Einfach so, weil ich es kann. Ja, siehste, die Lücken sind einfach noch viel zu groß auf dem Fließband. Aber wenigstens bis zu dem Teil, da muss... Alter, setzt du die Dinger Pima Auge? Welche? Die MGs? Nein. Mit, ähm, Dings. Mit, äh, da hast du ja diesen, den, den Range. Und immer so, dass die eine Range noch, also dass immer sich zwei Stück überschneiden. Ja, ich mach das immer im Abstand von zwei Masten. Weil das mit der Stromverteilung ja besser ist. Achso, na gut, kannst du ja dann noch ein bisschen... Ne, ne, mach du mal. Ja. Ja, ich setz jetzt erstmal überall die... Die gelben Kniggarmen ran. Und ja, genau, Mauern fehlen ja noch. Oh, man sollte auch klicken, wenn man vorbeisäuft. Da hin. Oh, das ist jetzt noch nicht mal zwei. Woa, woa. Ach. Ach. Einfach knallhart unterm Arsch. Fließband gesetzt. So, haben wir noch Mauern? Achso. Hier sind wir ja. Mauern, 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 Mauern. Na gut, zwei Hungerstück, das ist ja schon mal... Eine Maßnahme. Ich räume mich mal mit dem Inventar auf, während ich auf Fließband erwarte. So, der aber muss noch weg. Geht immer noch nicht schnell genug mit dem Fließband, ne? Ne. Halt. Na gut, wir verbrauchen natürlich auch gerade wirklich extrem. Aber man scheitert es immer noch an, äh... Na, wie kommt man da hier nochmal auf Sachen schießen? C. C? C. War noch nicht verstanden, aber egal. C. Cäsar. Cäsar? Cäsar. Mit C. Ach. Cäsar, nicht Cäsar. Sag es doch. Cäsar. Cäsar. Na, das hängt immer noch hier an den Dings, ne? Achso, wenn du alle Sachen aus dem Inventar rausnehmen möchtest, ne? Also zum Beispiel jetzt, ähm, aus der Kiste drückst du die SDG-Taste und klickst einfach drauf, ne? Cäsar. 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 so dann mache ich mal hier nach unten dicht das sieht doch schon gar nicht schlecht aus die eine seite ist sogar schon fast voll so dann kriegst du hier noch ein turm hin na gut hier müssen wir wahrscheinlich relativ zügig erweitern wir aber es ist erstmal zu oh oh irgendwie Okay. so klick am klick am klick am klick am so ist der noden erst mal geschützt ach so dann macht er das untere fließband unten unten ah nee das obere fließband ok deswegen mache ich das immer mit zwei masten abstand naja wie gesagt wenn wir dann die baupläne haben dann wird er eben vernünftiger bauplan gemacht und dann passt das auch wieder jetzt könnte man das glaubt man theoretisch sehen aber zurück laufen lassen also parallel zu dem zu dem hinlaufen und dann kann man es nämlich zweiseitig laufen lassen dann macht man nur eine seite befüllt man aber dadurch dass es dann einmal rund läuft genau ich werde jetzt hier oben am zweiten tor werde ich jetzt gleich nach rechts gehen sobald die bei genug haben und wird um den see herum gehen weil den brauchen wir definitiv als nächstes wegen erweiterung der ganzen geschichten da und sowas aber dafür brauchen erst mal ein paar mehr jetzt haben wir jetzt kann man natürlich nachher den bereich hinten wo kopf und kohle ist kann man nachher bahnhof inbauen genau das stromversorgung fängt ja nachher weg da machen wir über solar denke ich mal ja du brauchst trotzdem wahrscheinlich immer so ein kleines backup system ja mal gucken weil wie du siehst solinerg bin ich schon am forschen natürlich ein scheiß weiter oben und ohne drohnen mache ich den wald nicht weg den da oben den großen ja nee vergiss es vergiss es wir folgen noch dabei okay ja vor allem werden die züge wahrscheinlich erst mal über links laufen über holz damit das ganze holz und das wir wieder loswerden die millionen die wir dann kriegen oh 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 kopf die karte ja das sind so ein paar näste da oben ja sieht aber noch relativ wird aus da ist man brauchen ist jetzt bin ich tot kannst du mir mal gegen laufen gekommen schnell schnell lauf 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 ist mir doch egal lauf na fuck ach du scheiße jetzt holen die mich natürlich auch ich habe es versucht noch zu den öfen zu kommen aber keine chance scheiße ein satz mit nix verdammt am ist es denn war hier bei mir nicht diesen hier machen die brüstung ist nicht schlecht ich brauche ein bisschen kupfer ich brauche noch eine neue so eine bei mir dann alles soweit vor jetzt hier reicht jetzt so eine jetzt ist mein e-metall natürlich am Arsch ne ja meins auch war das nicht geplant so bleibt das inventar da liegen die ne nein nein das inventar ist weg ja dann ist es jetzt mal aufgeräumt so muss so muss man das sehen das stimmt direkt am ölfeld das ist natürlich sehr praktisch ja machen wir gleich weg dann demnächst so rüstung ist gleich fertig äh was wollte ich jetzt noch holen dann bauen wir uns erstmal eine mg das brauche ich brauche ich neue türme beiden radar kann man auch machen ne Schutzweste machen wir auch mal ein paar gelbe Fließbinder wie kann ich unten eigentlich durch die Waffen tabben mit Kuh geht nicht ich hätte noch irgendwas anderes gedrückt halten ne einfach nur Kuh ne geht nicht ok schlecht ah jetzt geht es jetzt geht es war keine Munition drin so Militarier weiter geht es dann holen wir uns mal um hier rum ist immer mehr so gut drauf so auf die Höhe ist einfach mal ein paar dinger runter da hole ich jetzt erstmal ein paar dinger runter ein paar Vliesbinder bis ungefähr auf die Höhe Dann sollen die Vliesbinder erstmal ein bisschen zulaufen, dass wir da erstmal... Oh, okay, ich habe keine Vliesbinder mehr. So, dann packen wir da ins Wohnradar hin. Dann machen wir da hin. Weg. Und... So, Kollege, lauf du mal bitte hier voll. So, ich gehe jetzt mal mit dir. Ja, kannst du nur auf Vliesbinder. Am besten auch gelbe Möwe oder sowas mit. Dass wir erstmal nur da runterlaufen. Und gelbe Knickarme brauchen wir noch. Jo. Dann mache ich das Band doch mal leer hier, wa? Ja, genau. Ich brauche nochmal ein paar Zusatz dazu. Äh, Strommasten soll ich noch basteln, ne? Damit wir die Dinger direkt im Laufen bringen. Ja, okay, das heißt, das hier kann ich schon wieder weg. Dass ich das jetzt so schnell umbaue, hätte ich nicht gedacht. Aber okay. Was haben wir da jetzt? Da, ich komme. Ja, ich reiß gerade noch die Vliesbinder hier weg. Wie kann ich, wie kann ich nur sagen, geben, Steuerung gedrückt halten, ne? Ja. Dann rausziehen, ne? Ne. Ne, in die Hand nehmen, Steuerung drücken. Und auf meinen... Kopf oder was weiß ich drücken. Perfekt. So, dann reißen wir die nochmal schnell weg hier. So, das ganze Zeug noch vom Boden aufsammeln hier. So, langsam kommen die Nester zusammen hier. Ja. So, warte mal. Ich fange mal von oben an, die Türme zu setzen. Mhm. Ich komme dir entgegen, dann laufen mit dem Greifarm. Ja, also ich habe es jetzt übertrieben, glaube ich. Sollte nur jeder zweite werden eigentlich, aber... Ja, und dann bauen wir nach und nach die Dinger um. Oh, äh, man soll es nicht gedrückt halten. Na, ich kann mich damit hier mal... Na, schon wieder verkehrt. So, bis nach dahin erstmal. Weiter traue ich mich nicht. Ach, ich komme. Wow. Wow. Nyaaum. Jetzt haben wir die Maschinengewehre am Rücken. Jetzt müssen wir nur zusammenbleiben. Dann lügt das. Achso, ne, den noch? Jo. So. Ah, scheiße. Oh, feier, ich habe es auch gerade gesehen. Und das nicht zu knapp. Ja, wir müssen schneller werden. Wir müssen brauchen Fahrzeuge. Boah, Alter. Boah, jetzt machen sie kaputt alles. Hat du, ähm, du, ähm, hat du noch MGs? Ja, ich habe ein MGs. Also auch Munition. Ja, auch Munition. Ja, ooooh. Ach du Scheiße. Die Räume auf. Nein. Oh, fuck. Ich überlebe. Ich übernehme. Ja, ja. Das sind doch noch mehr. Du hast doch gerade mal die Hälfte weggemacht. Ja, ja. Du hast auch noch keine MGs aufgestellt. Mach, ey, mach doch mal, mach doch mal erstmal, ich bin da schon wieder tot. Ja, geht nicht. Die solchen gegen die ankommen, die machen mich doch plass. Ja, lauf da hin und lockst du oben zu den, zu den Türmen. Jetzt muss ich mit der Hand draufhauen, weil ich keine Munition mehr habe. Scheiße. Die Eisenproduktion hat sich jetzt erstmal erledigt. Es wäre nämlich schlecht, wenn du mal hochkommen könntest, weil hier sind doch die ganzen Viecher. Ja, ich habe keine Munition, Mann. Ja, oben ist ein Band, das ist voll mit Munition. Ja, jetzt muss ich erstmal hinkommen. So, haben wir alle? Hast du dich aber voll verkackt, wa? Na, ne, hier ist noch mehr. Einer muss ja schon da, Alter. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Oh, was? Da. Hier, da. Da kommt von unten immer mehr, ey. Mach doch erstmal einen hier oben weg, der alles kaputt macht. Ich habe noch nichts. Wieso, hast du noch nichts, oder was? Nein, ich bin gestorben. Lappen. Siehst du noch irgendwo einen? Äh, nein. So, jetzt muss ich erstmal die Produktion wieder aufklanken. Hallo? Wo? Da ist noch einer. Gibt's doch nicht. Kommt die denn her? 50 Stahlträger braucht das Zeug. So, erstmal eine Rüstung. So ein Ding, so ein Ding. Wenn ich die Rüstung nicht gehabt hätte, wäre ich ja platt gewesen jetzt. Ja. Scheiße. So, jetzt muss ich erstmal mal Produktion unten wieder. Kommt kein Eisenerz mehr an. So, Fließbinder, Fließbinder, Fließbinder. Das Fließband. Ach, da stand das Radar. Ach, die sind aufs Radar gegangen. Okay. Da muss noch ein Fließband hin. Das sieht ja aus wie Dresden 45. Ich habe so einen Turm zerstört. Äh, Quatsch, ein Turm. Einen Ofen. Noch ein Ofen. Ach, Mensch. Da fehlt ein Knickarm. Ja. Oh, ja. Hier ist nichts mehr. Ja. 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 Du müsstest ja dann Fließbinder und sowas machen. Und mit Eisen, was wir nicht haben, weil die Fließbinder fehlen. Na, geht los jetzt. So, mein Handy klingelt. Warum? Weil 20 Minuten rum sind. Ja, das ist egal. Nee, nächste Folge. Komm. Oh, verdammt. Also nächste Folge, Wiederaufbau. Bis dahin. Reingehauen. Ciao, ciao. Ciao, ciao.